Ja aber Koalition Ja richtig Ich werde auch eine Weile brauchen Ich bin ja 64 Minus 70 Ja nicht mal dreistellig hier Komm da kannst du was drauflegen Wollen wir jetzt noch plus 4 Also Kriegsreportation Oh 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 Gleich habe ich die Sense Können wir Soldaten damit ausrüsten Dann ist hier Sense Haben wir das Gras gemäht Und nachher fehlt mir noch den Laub gebläst Um die Leute maximal abzuficken Oh 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 Kolumnierhandel In Portugal Oh mein Herrscher ist gestorben Der wird doch nicht unsterblich Er hat mich so lange geliebt Er hat mich so lange geliebt wie er hätte können Tun Sorge Oh 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 Überraschend Nachdem Kastilien ja schon so ein bisschen gestürzt wurde Aber wenigstens realistisch Oh 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 Hat sich gerade nicht viel Loom Oh So und Extra Reform ist dieses Jahr auch fällig Was nehmen wir denn Palamenten Ne das ist schon bisschen nervig Wunderkosten zu hmmm da wird nur eins übrig, eine Scheiße benutze ich nicht aber da kosten weniger und mehr Tradition, das geht doch, oder? ja, das kann man machen Y7-7 sind auch kacke ich bin für nicht so lange in das Bett der film bleibt ja auch immer vor sich hin da löst sich ja langsam auf deutscher ordner ist ja auch schon raus jetzt mein handel ist fast jetzt passt schon jetzt warum passiert noch irgendwo gerade was spannend ist ich kann mir so richtig die modiden die vergessen ich pass auch keine zwei minuten auf der ist schon unbedeutend geworden geht es spät nicht irgendwann noch permanent ansprüche auf norwegen ja so Oh, der hat so weniger Geld ausgehauen. Oh, 15, 2, 2. Das ist wieder erstaulich schnell. Immer noch Deck. Also, jetzt geht es noch nicht. Ach so, meine Frau. Da ist denn die 066? Erste Buch. Ja, erste Reißreform kann man schon mal machen. Die zweite ist auch nicht schlecht. Die dritte auch. Die vierte ist dann so ein bisschen fragwürdig. Und danach wird es auch schon komplett auf. Das ist ein ewiger Land. Das ist eine friere Laste. Von vorne wollen wir Frieden hier jetzt. Ein bisschen Krieg. Das ist eine rothe. Späschung dazu. irgendwas angreifen es ist alles schon richtig kacke ich komme immer auf die gleiche kampfstärke ich kann objektiv nur Meiler angreifen und das darf ich gerade nicht sagst du der 1513 ach komm das ist alles eine katastrophe hier schon wieder ich will doch nur italienisch werden traumasierten schweizer habe ich gehört schweizer Hmmmm Röseler Anspruch Alles mit zu 27 ich kann nichts tun für noch zehn jahre 458 prozent bleibt da war einfach der händler wagen, wir sind nicht in der kohle zu haben Einfach Dänebergs geschlagen, ja, ich bin immer weg. Hast du schon bei Dorfwegen angegriffen? Das ist ja ein bisschen... Das ist ja wohl so, wirklich. Ganz schön scheiße. Würde mich stören, wenn ich tun werde. Ich bin immer weg. Bis zum nächsten Mal! Ich bin natürlich ein wenig zu Ende. Ach, wie ist es? Ich bin aber wieder schön. Das war's für heute. So lange machen wir heute noch. Ich hab das 5 mindestens, ne? Nein, die hielten nicht. Mir hat schon keine Bock mehr. Dann bin ich besser. Das ist ja Enix. Nein, du Scheiße. Mann, wie lange dauert denn das mit der Scheiß-Koalition, ey? Ja, wenn sie unter 50 kommen, fangen sie irgendwann an. Oder hast du noch so 57 oder 56? Nein, es sind aber auch viele hier mit 34, 18 und 9 und 1. Ja, aber das ist nicht wichtig. Welche sind die, die über 15 haben? Die meisten hast du nicht. Ich hab ja gar keine Ahnung vom Spiel. Muss ich denn alles erklären, Peter? Denk doch mal ein bisschen selbst. Was ist denn da mit anfangen? Ähhhhh. Das ist mir alles mix. Gämpf kann ich überhaupt nicht auf. Das ist ganz, ganz schlimm hier. Wollen wir noch mal Platz. Ja, blablabla. Oh, hier. Die Zykulturen plus 2, geil. Wie nützlich. 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 Was heißt aber, wie ich meine? Ah, noch 6 Jahre, wo ich nichts machen kann Ich kann ja wirklich nichts machen Außer warten, dass Mailand wieder angreifbar ist Also wieder bereit sind, verprügelt zu werden? Jaaaa Ich kann nicht mal meine Kultur wechseln, weil ich mir für eine Provinz mehr bräuchte Bis zum Kotzen los Meist Die Läser U W Ah, ein Stopp ist jetzt egal. Und eine Globproduktion. Irgendwo. Aber hier habe ich auch gepasst worden. Egal. Plus 1. Ah, ich glaube ich habe einen Canon. Aber jetzt 21. 2. 3. 4. 11. 11. 11. 12. 16. 16. Ist was passiert? Ja, kurz im Endeffekt habe ich aufgepasst, alles gut. Müssen wir geschlossen machen. Das ist die nächste Wahl, wobei... Ich brauche so ein bisschen Tradition, damit ich das durchziehen kann. Spannend. Will ich mir nicht angucken, aber okay. Ich gucke auf keinen Affen. Kann ich verstehen. Der Fino macht das einfach anders, wird zu langweilig. Ich würde kriegen Dänemark. Das ist nicht mein Krieg, aber... Ich wollte gerade sagen, kannst du dir das überhaupt leisten? Das ist Kanada noch gar nicht kondensiert. Achso, weil Island das nicht macht. Norwegen auch nicht und England auch nicht, weil sie nicht mit Großbritannien gegründet haben. Oder wie... Dann greife ich mal Sonne, was es tut. Tja... Tja...